Hallo Kinder! Krieg ist doof! Mit anderen streiten ja! Nicht hauen oder schlagen! Andere Menschen oder Handpumpen verletzen ist doof! Krieg ist doof! Es gibt immer eine andere Möglichkeit, als mit Gewalt zu handeln. Ja, ich kann zum Beispiel darüber reden mit dem anderen, dem einfach sagen, ja komm, lass uns das mal klären, ohne halt gleich gewalttätig zu werden, auch wenn du mich gerade echt doof nervst. Oder ich dich gerade echt doof nerve. Aber du musst mich ja nicht schlagen und ich muss dich ja auch nicht schlagen. Denn gehen uns dann halt einfach aus dem Weg. Anstelle uns gegenseitig weh zu tun. Also bitte verletzt euch nicht gegenweitig. Es gibt ja auch schon einen längeren Krieg in dem Irak und ich finde das ganz schrecklich, dass sich da halt die Menschen gegenseitig wehtun müssen, um halt ihren Interessenkonflikt durchzubekommen. Und ich finde, das müssen wir nicht machen. Wir brauchen kein Gewalt. Wir können auch ohne Gewalt, denke ich mal, unsere Interessen durchbringen. Also, bitte verletzt euch nicht, Kinder. Und Krieg ist doof! Ja. 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 Vielen Dank.